I am independent, I am dedicated, doing it my way, doing it my way, yes I am. Hallo, hier ist die Petra von StempelDichBund und wir sehen uns zu einem neuen Video in unserer Video-Hop-Reihe Super Samstag Video-Hop. Ja, und wir haben uns natürlich passend das Thema Adventskalender vorgenommen und zwar Adventskalender in der letzten Minute. Ja, mir geht das auch manchmal so, dann möchte ich doch so gerne noch einen machen und dann ist es immer gut, wenn man so ein paar schnelle Ideen noch auf Lager hat. Und ich habe mich für so einen Sour Cream Container oder Sour Cream Container entschieden. Die finde ich total schön, das sind diese Verpackungen, die eben so verdreht sind, gefällt mir richtig gut. Und das ist, ja, das ist eine ziemlich schnelle Sache. Und da zeige ich dir jetzt mal, wie du das machen kannst. Da habe ich mir so zwei, drei Kniffe überlegt. Zum einen, ganz praktisch ist, du musst überhaupt nichts schneiden. Ich habe das einfach mit einem Bogen 6x6 Papier gemacht, also mit einem kleinen Bogen. Hier habe ich Papier der Farbfamilien genommen, da kann man so einen ganz bunten Kalender gestalten. Und jetzt habe ich mir mal dieses Papier Winterzauber rausgesucht mit den Silberakzenten. Auf der anderen Seite sind diese tollen Naturmotive. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, vielleicht auch durcheinander. Also ein bisschen so, ein bisschen so. Und das Ganze falze ich jetzt oben und unten, jeweils bei 1 und bei 2 Zentimetern. Das heißt, wenn du jetzt ein Motiv hast, wie jetzt eben dieser Naturdruck auf der anderen Seite, der einen oben und einen unten hat, dann würdest du es genau so oben und unten falzen. Und dann, was, aber ich nehme jetzt diese Seite nach außen, das knicke ich jetzt einmal vor. Was super praktisch ist für diese Kalender, ist eine leere Rolle Toilettenpapier. Die nehme ich mir jetzt nämlich zur Hilfe, um das Papier zu kleben. Und das lege ich jetzt so hin, dass meine Falslinien eben oben und unten rausgucken. Das heißt, ich klebe jetzt genau die andere Ecke zusammen oder die andere Seite. Und da lege ich mir das einfach um diese Rolle Toilettenpapier. Die hilft mir nämlich, das in der Runde zu halten. Und dann kommt auf die eine Seite ein bisschen Tombow ans eine Ende und auf die Rückseite am anderen Ende. Denn wenn ich es dann zusammenlege, dann kleben sich beide Seiten oder beide Enden sozusagen aneinander fest. Und nirgendwo schlackert Papier rum. Ich mache das ganz bewusst mit dem Tombow, weil das einfach besser hält als doppelseitiges Klebeband. Das liegt ja dann hier nachher in der Runde. Das muss Spannung aushalten. Und da hält das mit dem Tombow einfach bombenfest. Und mit dem Klebeband ist mir das doch schon passiert, dass sich das wieder aufgezogen hat. Deswegen nehme ich mir die Zeit dafür. Jetzt gucke ich, dass ich die Toilettenpapierrolle hier auch wieder rauskriege. Die schiebe ich dann einfach am anderen Ende raus. Und die dient nur dafür, dass ich eben einen schönen Kreis hinkriege, dass der an keiner Stelle einknickt. Und dann kann ich mich nämlich darauf konzentrieren, das Papier gerade übereinander zu legen. Und dann habe ich eben auch diesen wirklich schönen Kreis. So, jetzt habe ich ja schon das Papier vorgefalzt. Das heißt, ich fange jetzt an der einen Seite an. Ich nehme jetzt die Unterseite. Also wenn ich jetzt ein Muster hätte, was einen oben und einen unten hat, würde ich jetzt unten anfangen. Wobei ich glaube, dass es vollkommen egal ist. Und knicke jetzt diese Falzlinien einmal nach. Und zwar kann ich das dann nämlich so wie bei so einer Tube einfach einmal um sich selber falten. Und dann habe ich hier unten einen hübschen Abschluss. Und jetzt kann ich das entweder so machen, dass ich das zum Beispiel zusammentacke, wenn es super schnell gehen soll. Wobei, da man ja 24 davon machen muss, hat man eigentlich, kann man das immer so versetzt machen. Das heißt, ich klebe das jetzt auch wieder mit dem Tombow zusammen. Da kommt in die erste, in den ersten Streifen kommt ein bisschen Tombow. Auf den zweiten Streifen auch. Vorsicht, nicht zu viel. Es soll sich nicht oben wieder rausdrücken. Und dann klappe ich das eben so zweimal zusammen. Und was sich da auch als sehr praktisch erwiesen hat, sind solche Klammern. Solche Foldback-Klammern. So wie diese hier. Die ist jetzt nur so ein kleines bisschen klein. Also eine Nummer größer ist super. Oder solche Klammern. Und davon nehme ich mir jetzt eine oder zwei Klammern. Gut ist natürlich, wenn die eine große Spannung haben. Wenn sie es gut zusammenhalten. Und die mache ich jetzt einfach hier dran. Und damit halten die das zusammen, sodass das jetzt in Ruhe vor sich hin trocknen kann. Ich kann jetzt schon mal die 23 anderen machen, die ich noch brauche. Ja, und dann geht es gleich hier weiter, wenn das getrocknet ist. So, wenn der Tombow getrocknet ist, nehme ich die Klammern einfach wieder ab. Und die Oberseite, die wird dann ja andersrum zugeknickt. Also im 90-Grad-Winkel verglichen zur Unterseite sozusagen. Und hier habe ich das genauso gemacht. Also auch einfach die beiden Abschnitte eingeklappt. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten, diese Box zu verschließen. Bei meinem Muster habe ich das so gemacht, dass ich dann zwei kleine Löcher eingestanzt habe. Habe dieses Band durchgezogen und eine Schleife gemacht. Du kannst es natürlich auch einfach wieder zutackern. Du kannst auch einfach deine Klammern, die du für unten benutzt hast, zum Halten oben als Verschluss nehmen. Also je nachdem gibt es da ja auch einfach sehr hübsche Klammern. Also die wäre jetzt in dem Fall dann vielleicht noch zu groß. Da käme dann hier die Kleine wieder ins Spiel. Das finde ich also auch dann sehr schön. Da so eine kleine Klammer. Was du natürlich auch machen kannst, ist es wie gesagt zuzutackern. Und da kannst du dann zum Beispiel ein kleines Stück Designerpapier nehmen oder Farbkarton. Du kannst das eben drüberlegen und dann zusammentackern. Dann hast du hier gleich noch was, wo du die Nummer drauf notieren kannst. Du kannst auch ein Stück Farbkarton nehmen. Das finde ich auch immer schön. Das so als Schleife legen und das dann vorne noch mit befestigen. Das kann man natürlich bestempeln. Also ich würde jetzt hier unten auf jeden Fall kleine Fähnchen reinschneiden. Das ist ja jetzt nur so eine Idee, was du da dran machen könntest. Und das geht zum Beispiel eben auch super schnell. So ein Streifen Farbkarton oder Designerpapier. Und man kann einfach nochmal einen Farbklecks reinbringen. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich einfach ein Loch in die Mitte stanze und das dann mit einem Band zusammenhalte. Und damit das auch gut hält, nehme ich jetzt das kleinere Loch in der Lochstanze. Dann wird das ein bisschen fiddlig beim Durchziehen des Bandes. Fällt dann aber eben besser. Und in diese Verpackung, in den Sour Cream Container, also zwei so Schokoladenkugeln. Ich glaube, ich habe so Milka-Kugeln ausprobiert. Die passen also rein. Da muss man ein bisschen stopfen, aber die gehen rein. Das heißt, ja, ich finde, das ist so für einen Adventskalender genau die richtige Größe. So, und jetzt habe ich das so gemacht. Einfach hier ein Stück Band. Ich habe hier das Metallicband in Rauchblau genommen und habe das dann einfach doppelt durchgezogen und die Bandenden einmal durchgesteckt. Das finde ich auch immer sehr schön. So kannst du es also auch noch verschließen. Da hast du also unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, und die Zahl, die habe ich hier so gemacht. Da habe ich aus den Zahl- oder aus den Buchstabenstandsformen, die kommen aus dem Produktpaket nur das Beste. Da gibt es das Stempelset dazu und dann eben diese Buchstabenstandsform. Und die haben gerade dafür auch eine wirklich schöne Größe. Da sind nämlich auch die Zahlen bei. Und da habe ich jetzt die 1 ausgestanzt. Da habe ich aus flüsterweißem Karton die 1 ausgestanzt. Habe dann einfach nochmal mit der kleinen Kreisstanze aus den lagenweisen Kreisen, das ist die kleinste, den Karton drumherum ausgestanzt und einen Stanzteil von den Stanzformen mit Stickkante den kleinsten Kreis genommen. Das passt prima aufeinander. Und was du dann ja auch hast... So, ich habe es gefunden. Du hast dann ja die 1, die du ausgestanzt hast. Und hier habe ich ja praktisch das Negativ genommen. Das heißt, ja, ich kann jetzt diese 1 nehmen vielleicht für die 10 oder für die 12 oder wie auch immer für einen zweiten Kalender und kann dann einfach mir einen Teil ausstanzen und in einer anderen Farbe und dann die Zahlen eben draufkleben. So sparst du dir dann auch noch ein paar Stanzgänge, wenn du das also so machst, dass du eben zum Teil das Positiv und zum Teil das Negativ benutzt. Ansonsten kann man natürlich auch einfach die Zahl als Zahl dann aufkleben. Das geht natürlich bei einem farbigen Karton wie hier besser. Also da hat man also vielfältige Möglichkeiten, um es sich da dann auch ein bisschen schneller und einfacher zu machen. Da kann man gucken, wie viel Zeit man noch hat. Das ist also meine Idee für einen schnellen Adventskalender in der letzten Minute. Ja, vielleicht ist das was für dich. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Basteln der Sour Cream Container und natürlich auch mit den Ideen der anderen. Ich bin schon total gespannt. Ich bin ja ein dermaßen Adventskalender-Liebhaber, dass ich also schon auf die Ideen der anderen sehr, sehr gespannt bin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Durchhüpfen, viel Spaß beim Basteln der Adventskalender und freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Also, bis dahin. Tschüss.